Ich habe die Zähne zurückgeschlagen. Ich habe die Zähne zurückgeschlagen. Ich habe die Zähne zurückgeschlagen. Ja. Ich habe die Zähne zurückgeschlagen. Ich habe die Zähne zurückgeschlagen. Mama, die Zähne hat man am Anfang einfach die Zähne zurückgeschlagen. Nein, das geht ja markant nicht. In der Kammer hat der Zähne schon viel Platz. Wurde, hast du ihn aufgeschickt? Ich habe die Zähne zurückgeschlagen. Die Zähne ist in der Karte. Die Zähne müssen den kleinen Kindern merken. Für ihre Eltern scheint das Gespräch bei der Eltern und ihn ist in der Karte des Zähne ganz klar in der Wache zu haben.